Willkommen Leute, euer verrückter Gaukler ist wieder da, ja oder einfach euer Ghostie, Servus und willkommen zu Stronghold. Ich bin grad ein bisschen, hab so meine fünf Minuten. Egal, scheiß auf. Wir spielen Flucht von der Biberninsel. Ja, das ist der zweite Teil der neuen Kampagne und ich glaube, jetzt geht's so langsam dem Ende zu. Das sagte er und er sagte es wieder und wieder und immer wieder und immer wieder. Nach dem Sturm. Mission Nummer eins. Also, wir waren ja in der Agent der Krone hier im Seewachtturm. Wollten wir da, ich weiß gar nicht wen, die Nichte von Zorn Longarm befreien. Irgendwie so war's. Und die war aber nicht da. Die war weg. Also, gehen wir jetzt hier hin und gucken mal, ob sie da ist. Da. Ob sie sich hier irgendwo rumlümmelt. Naja, lauscht der Story. Lauscht nicht den verrückten Kerl hier unten in der Ecke. Los geht's. Schiffbruch. Nur knapp konnte der Feind mit dem Juwelen kommen. Und so waren wir begierig, ihren Entführer einzuholen. Ah, das Juwel ist die Nichte. Hm. 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 Ich find' den Namen so gut. Da wird bestimmt eine coole Mission, wo wir jetzt da rumrennen müssen. So durch nochmal Gegner durch und so wenig kämpfen wie möglich. Die Wachen auf den Klippen hatten uns entdeckt. Wir mussten das Vorhoch oben einnehmen, ehe sie Reiter ausschicken konnten, um den Vorsteher der Insel zu warnen. Oha. Dann doch was einnehmen. Erreiche den Bergfried. Okay, wir müssen den Bergfried erreichen. Die Wachen auf den Klippen, das kennen wir. Und wir spielen natürlich auch schwer. Trotzdem, ich muss noch einmal sagen, ich liebe diesen Namen Sir Longarm. Der kam, ne, das ist eigentlich ein Spitzname von ihm, weil normal, der eine Arm ist normal lang und der andere, den er hat, der schleift immer über dem Boden. Sir Longarm. Er kommt überall dran. Kannst du mir das mal oben aus dem Regal geben, bitte Sir Longarm? Na klar. Bitteschön. Auf den Klippen sind feindliche Speer, Sir. Wir sind bereit. Ach du Scheiße. Eure Lordschaft. Drei abwärmliche Bogenschützen. Wir folgen euch, Herr. Und los. Eure Befehle? Pfeile, bereit. Wir stehen zu Dienst. Greis an, Brüder. Nieder mit ihnen. Ne, nicht meine Bogenschützen, nicht meine Bogenschützen. Nein. Ja, da ist er doch. Der Weg. So, jetzt schaffen wir uns erstmal einen Überblick. Haben wir eine Zeit? Ne, wir haben keine Zeit. Sehr schön. Und ach du Schöne. Äh, hier muss ich hin. Oh. Seid gegrüßt. Sie sind wehrlos. Einer bleibt an, Brüder. So. Da stehen noch ein paar. Da muss ich hin. Ja, da versuchen wir das Ganze doch mal. Ich hab noch drei Bogenschützen. Bogenschützen bereit. Aber es ist mit euch. Wir sind bereit. Mein Bogen ist teuer. Mein Bogen ist teuer. Bogen gespannt. Eure Lordschaft. Nieder mit ihnen. Spürt, sie sind wehrlos. Mein Herr, visiere an. Wir folgen euch, Herr. Vorwärts, Männer. Greift an, Brüder. Spürt, meine Klinge. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Ja, willkommen dann von denen. Ich glaub, das war's. Ja, vier Ritter, Mann. Drei Bogenschützen. Ich soll einfach nur da... Okay. Sind auf dem Weg. Also, wir gehen da am besten hier rein. Ich speichere einfach mal zwischen. Und speichern. Ich versuch's einfach mal hier rüber, ne? Wir stehen zu Dienst. Einer für alle. Ach, die rennen hier Patrouille. Ja, wie will ich... Ja. Ganz bestimmt. Nein, die Ritter gehen weg. Nein, die Ritter gehen weg. Vorwärts, Männer. Das ist auch passend mit den Pikinieren, dass die jetzt nicht da... hier angreifen, wenn dann passt das. Und los. Also, die gehen nochmal hoch. Bin zur Stelle. Lass die Pfeile fliegen. Was wünscht man? Was gibt's? Bewegt euch, Brüder. Bleibt immer der hier unten. Ich versuch mal, ob ich hier eine Lücke reinschlagen kann. Seid gegrüßt. So. Ich sehe den Weg nicht. Lücke ist da. Und jetzt kommen auch schon die Ritter. Ja, scheiße. Ja, in Bewegung. Ja, Herr. Bewegung. Ja. Wir sind bereit. Eure Lordschaft. Nieder mit ihnen. Wir folgen euch, Herr. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Muskelkraft. Wir stehen zu Dienst. Was wünscht ihr? Seid gegrüßt. Wir sind bereit. Eure Lordschaft. Spürt meine Klinge. Wir folgen euch, Herr. Vorwärts, Männer. Wir stehen zu Dienst. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Nieder mit ihnen. Spürt meine Klinge. Was wünscht ihr? Der ist auf der Flucht, der Ritter. Und los. Abmarsch. Bogenschützenbereit. Ziel angepeilt. Rücken aus. Seid gegrüßt. Einer für alle. Mein Bogen ist euer. Aufwärtsgegrüßt. Aufwärtsgegrüßt. Mein Herr. Unerreichbar. Scheiße. Scheiße. Wir sind bereit. Kann ich da angreifen? Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Was gibt's? Ihr Narren. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Sitze dahinter mein einfacher Ritter. Ey, ich komm da nicht rein. Ist denn noch einen anderen Weg hier? Hier hoch oder so? Nein, das geht nicht. Ich bin Bergfried. Guck dir das an. Vielleicht muss ich schneller sein. Ich mein, die rennen ja am Anfang hier runter. Vielleicht muss ich wirklich schneller sein. Ich mach mal Mission Neustarten. Katastrophal. Auf den Klippen sind feindliche Speer, Sir. Ey, die kommen jetzt tatsächlich erst schon hier. Und los. Einer für alle. In Bewegung. Wir folgen euch ja. Sie sind wehrlos. Ja. Wir stehen zu lieb. Greift an, Brüder. Nieder mit ihnen. Spürt meine Klinge. Okay, pass auf. Wir müssen uns wirklich beeilen, weil sonst kommen meine mehr durch mit den ganzen Rittern. Weil die stehen ja jetzt schon hier. Oh, ich drück immer auf den falschen Knopf hier. Oh. Auf den Klippen sind feindliche Speer, Sir. Ah ja, gut. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Gib mal die Schweinschen hier. Bewegt euch, Hunde. Seid gegrüßt. Sie sind wehrlos. Eure Befehle? Pfeile bereit. Wir sind bereit. Greift an, Brüder. Jena mit ihnen. Bin zur Stelle. Spürt meine Klinge. So, und jetzt Abmarsch. Vorwärts, Männer. Ja. Wir folgen euch, Herr. Diesen Spiel statt. Und speichern. Wir stehen zu Dienst. Bogenschützen bereit. Bogen gespannt. Ah, die gehen hier hoch. Mein Bogen ist euer. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Das ist leider nicht möglich. Visiere an. Was wünscht ihr? Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Seid gegrüßt. Eure Befehle? Wir sind bereit. Nieder mit ihnen. Eure Lordschaft. Greift da die Mauer an. Ja, hä? Die haben keine, die sind so gut wie tot. Hehehehe. Bewegung. Die haben keine Chance. Die sind so gut wie tot. Streitkolben hoch. Bin zur Stelle. Unerreichbar. Ja. Ja. Auf ins Getümmel. Ja. Fehl angepeilt. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Wir folgen euch. Geht zum Bergfried. Geht zu diesem Bergfried. Geht hoch. Geht hoch um Gottes Willen. Nein. Der hat noch Ritter zur Verteidigung. Scheiße. Der kommt hier nicht hoch. Ey, das muss brachial. Müssen wir hier durch. Was wünscht ihr? Brachial müssen wir hier durch. Das ist ja katastrophal, die Zustände hier. Auf den Klippen sind feindliche Speer, Sir. Und los! Wir sind bereit. Sie sind wehrlos. Alle für alle. Ah, gegen die muss ich gar nicht kämpfen. Ja, mach doch mal neu. Auf den Klippen sind feindliche Speer. Speichern. So, jetzt. Diesen Spiel und speichern. Vorwärts, Männer. Und los! So, schnell weg. Vielleicht könnte einer so ablenken. Vielleicht reicht es auch, dass sie jetzt gar nicht hier die Verfolgung aufnehmen. Die sind so scheiße langsam, die Ritter. Ja, da kommt schon einer. Zwei. Da kommen sie alle. Bogenschützen bereit. Wir folgen euch, Herr. Ach, das geht zunächst. Mein Bogen ist euer. Lass die Pfeile fliegen. Rücken aus. Wir stehen zu Dienst. Greift an, Brüder! Was wünscht ihr? Hühnerfutter? Was wünscht ihr? Nieder mit ihnen! Na endlich. Seid gegrüßt. Spürt meine Klinge! Was sind's? Mach doch die Mauer jetzt hier kaputt, Mann! Wir sind bereit. Sie sind wehrlos! Ja, Herr? Ich sehe den Weg nicht. Ja? Wir folgen euch, Herr. Greift an, Brüder! Und durch. Und durch. Und durch. Hoch auf den Bergfried. Wir stehen zu Dienst. Der Wachter gehört uns. Ganz. Ganz. Wir sind drin. Ja. Ja. Was ist jetzt? Was wünscht ihr? Der Sieg. Ja, endlich. Ja, nicht Sieg oder doch Sieg? Sieg. Knappe Kiste, Leute. Knappe Viertelstunde gedauert. Wunderbar. Ja, gut. Machen wir weiter. Ich will die schiere Folge von 15 Minuten hochladen. Feuer frei. Auf der Insel befanden sich zwei Verbündete eingeschlossener Gruppen. Ein kleiner Trupp hier im Westen und ein größerer im Osten, nahe des Ortes und Hafens. Wir arbeiteten uns vor zur ersten Gruppe, die sich in einem Tal in der Nähe verschanzt hatte. Unbeobachtet von den Männern der Schlange, stiegen wir die Hügel hinter dem Dorf unserer Verbündeten hinab. Ungewiss, was uns dort erwarten würde. Er ist aber cool erzählt. So, Zeit bis zur letzten Schlacht. Alle Einheiten beseitigen. Okay, gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Kurzes Zwischenspeicher, die Mission 2. Diesen Spielstand über... Ja. So, dann schauen wir uns mal um. Ah, hier müssen wir... Hier müssen wir rein. Das sind meine. Das ist furchtlich. Ist das mein? Was für ein Vorratslager? Seid gegrüßt. Ich sehe den Weg nicht. Soll ich da rein? Soll ich da... Soll ich da zu euch? Ja, da ist eine Fahne. Ihr verlangt viel. Ich verlange viel, wenn der Dach lang ist. Das stimmt. Äh, ja dann komm. Ihr verlangt viel. Achso, die fliehen jetzt erst mal. Wir sind bereit. Oh. Eure Lordschaft? Einer für alle. Ihr könnt uns zählen. Ich kann ja noch nichts bauen. Ah, die Zeit läuft aber auch noch nicht, oder? Ich hoffe doch mal nicht. Jetzt gucken wir mal. Ist hier irgendwelche Schleichwege hier rum oder so? Na, hier hoch komme ich gar nicht, ne? Wir folgen euch, Herr. So was würde ich hier gerne mal machen, wenn ich eine eigene Map mache? Also ein paar Schleichwege erstellen. Okay. Wir stehen zu Dienst. Äh, ja. Okay, das ist doch bald heftig. Dann 13 Ritter. Neuen Sperrkämpfer. Ja, wen schicken wir jetzt zuerst? Wir rücken aus. Ich versuche es nochmal ranzulocken. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Wir rücken aus. Kann man dich anpicken? Kinderspiel. Und weiter. Sehr wohl, mein Herr. Ah, die haben den Befehl Stellung halten. Ein leichtes. Ein leichtes. Mitvermüden. Das ist, das für die Scheiße. Danke grüßen. Wir sind bereit. Jetzt kommen die Ritter. Spürt meine Klinge. Klinge meine, die spürt. Das Vorratslager ist voll, mein Lord. Ja, dankeschön fürs Gespräch. Ich muss erst mal hier durch. Sie sind wehrlos. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Nieder mit ihnen. Spürt meine Klinge. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Nieder mit ihnen. Spürt meine Klinge. Einer für alle. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Greift an, Brüder. Nieder mit ihnen. Sie sind wehrlos. Immer schön auf einen. Jawohl. So, ein Ritter hat es gekostet. Na gut, und unsere neuen Lanzenträger. Aber egal. Abmarsch hier rein. Ich hätte nicht gedacht, dass es so leicht ist. Ich habe aber einen kurzen Schock bekommen zuerst. Ich habe gedacht, was geht ab? Aber ging. Die hatten nämlich den Befehl hier, Abwehrhaltung, denke ich mal. Und dann haben die sich kaum bewegt. Und alle für einen. Die bauen wir jetzt am besten. Hier können wir angegriffen werden. Kommt auf die Technologiestufe natürlich an, die wir jetzt haben. Zu Diensten. Wir stehen hier. Hier und heute. Dann bauen wir hier unten ein paar Farmen hin. Platziert euren Kornspeicher, Sire. So, erstmal Kornspeicher. Ey, hab ich Holz? Oh, ey. Ganz weit hier oben. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, 10 Mal Holz. Wir brauchen ganz viel Holz. Und los geht's. Speichern. Diesen Speicher überspielen. Dann bauen wir Weizen. Ganz viel Weizen. Wichtig. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Die volle Kammer ist bewaffnet, mein Lord. Was wünscht ihr? Die Truppen der Schlange greifen an. Hier kommt der erste Trupp. Ja, es geht direkt los, Mann. Ähm. Machen wir den Turm weg. Wir brauchen hier noch unbedingt Windmühlen. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ja, bau da oben irgendwo was Häuser hin. Alter Schwede. Vier Bogenschützen. Ihr macht mich fertig. Womit kann ich dienen? Wir rücken aus. Alter, ja, ja. Eure Befehle? Greift an, Brüder. Wir sind bereit. Nennt euren Wunsch. Uns entgeht niemand. Mit was? Sie direkt kommen. Von der Pike aufgeladen. Nieder mit Ihnen. Na, wer spießt am meisten auf? Wir folgen euch, Herr. Eure Landschaft? Nieder mit Ihnen. Wir stehen zu dir. Führt meine Klinge. Schultert die Waffen. Uns entgeht. Von der Pike aufgeladen. Halt. Sie sind sehr los. Geht an, Brüder. Nieder mit Ihnen. In Ordnung. In Ordnung. Na, wer spielt Schaffel Diensten? Nieder mit Ihnen. Schultert die Waffen. Uns entgeht. Niemand. Gegrüßt. Ja, die gehen schon doch hin. Die sind am Lord. Das war's. Das war's, Mann. Der Lord hat genug geschützt. Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Wir sind bereit. Sie sind wehrlos. Alter, Finne. Deine Botschaft der Schlange. Ne. Okay, warte. Nun denn, ihr habt verloren. Das kann jedem mal passieren. So. Wir müssen direkt verhindern. Ich geh mal die Bogenschützen, die drei Stück. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Die Truppen der Schlange greifen an. Waffenkammer. Wir benötigen mehr Holz. Ihr benötigt das Holz des Meeres. Wir benötigen Holz. Okay, ich hab kein Holz. Scheiß drauf. Was ist mit der Waffenkammer? Unterkünfte. Kann ich die bauen? Jawohl. Ich hab keine... Ach, ich hab... Ach so, alles klar. Okay, Gott. Jetzt kann ich die Waffenkammer nicht bauen. Was wünscht ihr? Wir folgen euch, Herr. Greift an, Brüder! Von der Pike auf gelernt. Stimmst du nieder mit ihnen! In Ordnung. Verzeihung, Sire. Wer spießt am meisten auf? Spürt meine Klinge! Sie sind wehrlos! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Achtung! Ah, ich kann direkt fünf Armbrustschützen bauen. ... Ja. Es werden Rekruten benötigt sein. Mit euren Wunsch. Seid genug gelassen. Nie der mit ihnen. Uns entgeht niemand. Ja, die dringt Kinderstern. Wir sind bereit. Greift an, Brüder! Es wird Rekruten benötigt sein. Wir müssen nur Zeit gewinnen, bis die Ritter endlich sich begnügt haben, hier anzugreifen. Oh, Alter, die Ritter in ihrer Zeitlupe. Okay. Okay, alles klar. Wir brauchen hier Unterkünfte direkt die Waffenkammer nebendran. Wir stehen zu Diensten. Ja. Es wären Waffen benötigt, Sire. Naja, ich hätte ja auch gar kein... Oh Gott. Die Waffen vorwärts, Pekiniere. Was wünscht ihr? Ei, in Ordnung. Eure Landschaft? Waffen geschultert! Warum stehen wir jetzt hier oben? Ja, während sie kämpfen, versuche ich hier mal noch ein bisschen Infrastruktur aufzubauen. Wohnung liegt auf, ich versuche. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden. Ich habe keinen Bauern. Mann! hat er die Treppen in der Schatzkammer, mein Lord. Okay. Und laden. Alter, was das da ist? Ist das richtig schmuss? Ja, bitte. Andermann raus, ey. Und weiter. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Voll mit Müll ist die Waffenkammer, ja. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. So, jetzt brauche ich hier Häuser. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Es werden Rekruten möglich sein. Hier kommt der erste Trupp. Schultert die Waffen. Wo sind die Armbrüste, Mann? Ich brauche hier Armbrüste. Es werden Rekruten möglich sein. Ei. In Ordnung. Ihr könnt auf uns zählen, wir. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Achtung! Achtung! Und los! Eure Landschaft geht niemand. Wenn euren Wunsch wird etwas schwierig. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Sire. Ja, bitte. Schießt. Ja, bitte. Ein Kinderspiel. Sehr wohl, Mutter. Ein leichtes. Mit verrückt. Ihr Rund. Spürt meine Klinge. Wir benötigen Gold. Ach, kein Gold. Eine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Bereits eure Landschaft so gut wie zur Stelle. Alter, wie willst du das machen? Die machen direkt hier Tabula rasa. Äh, sind die schon wieder da drin? Wie machen wir das jetzt am besten? Ich muss die reinkommen lassen. Ihr könnt auf uns zählen. Und los! keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Ah ja! Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. So. Ich brauche auf jeden Fall hier Gebäude, dass ich pöten kann. Ich will das da nicht unbedingt reinbauen. Allzeit bereit. Die Truppen der Schlange greifen an. Ich habe noch eine Idee. Noch eine Idee. Muss halt alles so schnell gehen. Hier, ihr zwölf. Raus mit euch. Grupp Nummer eins. Ich geniere. Grupp Nummer zwei. Hoch mit euch. Ihr Ritter. So. Waffenkammer. Ja, Mann. Das ist halt alles, ne? Wird alles sehr unsinnig hier platziert. So. 2.1. So, das Speicher mal. Und ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Ich brauche Armbrüste. Es werden Rekruten benötigt sein. Und los! Unsere Schatzkammer leert sich. Unsere Schatzkammer leert sich. Ihr könnt auf uns zählen. Wir rücken aus. Und ein Kinderspiel. Ein leichtes Wohin mit Vergnügen. Ei. In Ordnung, eure Leutschaft. Wer spießt am Einkindleid? Vergnügen. Oh, Alter. Die können nicht geschissen, das Fingerboot zu machen. Hier ist gar kein Schaden. Die bleiben hier stehen. Bogenschützen bereit. Achtung! Wir stehen zu dienst. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Also so schnell kann ja auch niemand handeln, ey. Mein Bogen ist euer. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Wir haben beinahe keine Nagen mehr, Salf. Seid gegrüßt. Also wir haben gar nichts. Ladet nach! Also wie schnell soll man hier bitteschön bauen, ey? Die besten Obstplantagen anfangs. Der Feind befindet sich in der Burg. Wir sind bereit. Einer für alle! So, jetzt geh mal raus. Unsere Goldfohrheiten wachsen stetig sein. Euer Lordschaft? Kurzer Prozess! Sire! So gut wie tot! Ich kann nichts bauen, ey. Wir folgen euch, Herr. So gut wie tot! Wir stehen zu dienst. Was wünscht ihr? Sie sind Geschichte! Ladet nach! Kurzer Prozess! So gut wie tot! Seid gegrüßt! Greift an, Brüder! Nieder mit ihnen! Wir sind bereit! Waffen geschultert! Sie sind Geschichte! Die Burg hat Stand gehalten! So, erster Angriff haben wir. Und speichern! Aber jetzt wird's kritisch, Leute. Jetzt wird's kritisch. Jetzt kämpft man gegen die Zeit, ne? Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Käse. Wir brauchen alles. Wir brauchen absolut alles. Und zwar am besten gleich. Und jetzt. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So. Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Aber wir fangen uns schon wieder. Kommen Leute zur Burg, weil wir haben jetzt Beliebtheit. Komm schon, komm schon. Die Leute verlassen die Burg. Nein, die kommen jetzt zur Burg. Boah, das war schwierig. Eure Lordschaft? Das war schwierig. So, wir haben ein bisschen Infrastruktur stehen. Jetzt fehlen Bäckereien. Wir benötigen Holz. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, Bäckereien. Jetzt haben wir erstmal die Grundvoraussetzungen für Nahrung. Jetzt brauchen wir Geld. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Wir haben ja Holz. Ja, die Holzmacher machen hier richtig guten Job. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Wir hätten das ganz am Anfang direkt machen müssten. Dass die hier schon stehen. Wir hätten die schon produziert. Zeit, das kostet uns jetzt richtig viel Zeit. Das könnte es auch schon gewesen sein, Leute. Zu viel Zeit am Anfang verschwendet. Ja, wenn der Holzfritz jetzt mal endlich machen würde. Komm, jetzt kommt die nächste Holzfuhr wieder. Jetzt brauchen wir Leute. Dann brauchen wir noch Waffen. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Okay, wir brauchen Steine. Wir haben nicht genügend Holz, my Lord. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. So, und Waffen. Pfeile und Pieken brauchen wir. Onhinweise. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Scheiß auf Pfeile. Armbrüste, ne? In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Hanische. Boah, das dauert. Keine Chance. Ich komm gar nicht dran. Das hier war schon, das hätte ich schon stehen müssen, bevor der erste Angriff kommt. Wir folgen euch, Herr. Keine Chance. Der greift jetzt an und dann sind wir tot. Wir benötigen Gold. Keine Chance. Das Krimmau nicht abgeblockt. Die kommen jetzt. Feierabend. Direkt am Anfang hier Apfelfarben bauen, dass uns die Nahrung nicht ausgeht. Das ist es jetzt, was wir als nächstes versuchen. Ich kann absolut nichts machen, außer warten. Und warten ist tödlich. Wir benötigen Gold. Die Truppen der Schlange greifen an. Das war's. Ja. Das war's. Wir stehen zu Diensten. Vorwärts, Männer. Das war's. Oh, ich hab noch Armbrüste. Achtung. Bereits, eure Lordschaft. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Zur Stelle. Achtung. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Achtung. Und los. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Sire. Waffen geschultert. Unsere Schatzkammer leert sich. Achtung. Bereits, eure Lordschaft. Was wünscht ihr? Und los. Es werden Rekruten benötigt sein. Unsere Schatzkammer leert sich. Leid gegrüßt. Einer für alle. Achtung. Ladet nach. Wir sind bereit. Achtung. Und los. Scheuer. Waffengeschulterprozess. So gut wie tot. Bereits, eure Lordschaft. Uns entgeht nicht. Spürt meine Klinge zur Stelle. Sie sind geschehen. Wir folgen euch her. Sie sind wehrlos. Nieder mit Ihnen. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Nieder mit Ihnen. Spürt meine Klinge. Sie sind wehrlos. Greift an, Brüder. Das war's. Nieder mit Ihnen. Achtung. Jupp. Okay. Ich versuche mal hier zu laden. Und laden. Da, wo der Angriff direkt kommt. Und dann brauchen wir hier. Apfeldinger. Ah, Leute. Komm. Wir sind schon über der Zeit. Machen wir in der nächsten Folge. Ich mache es hier direkt weiter. Äh. Dran bleiben. Abonnieren. Und dann gucken wir, ob wir das in der nächsten Folge schaffen. Euer Goals. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich bin Heistruf. Ich mache jetzt weiter. Aber sonst wird die Folge zu lang. Und dann muss ich nachher nochmal schneiden. Und ha, ha. Ihr habt ja nicht gesehen. Und deswegen machen wir das jetzt hier. Bam. יתי hin. Und dann Ai-Tjoe.